Ich bin hier in Puping bei Everding und hier gibt es eine sehr interessante franziskanische Gemeinschaft. Ihr Leiter ist Bruder Fritz. Ja, wir sind hier im Garten des Shalomklosters. Wir sind eine sehr bunte Gemeinschaft und Sie sehen, wir haben meine Brüder, eine Schwester, Laien, die in unserem Kloster hier mitleben und wir orientieren uns an dem heiligen Franziskus und der heiligen Klara. Und in dieser Woche nach Ostern haben wir eine super Erfahrung gemacht mit Jugendlichen, mit Firmlingen, die eine Woche lang in unserem Kloster mitgelebt haben. Wir sind eine Gruppe aus Ravensburg, die für die Firmenvorbereitung hier ein paar Tage verbringen durften und das hat uns auch sehr gut gefallen, dass wir einen Einblick in das Klosterleben miterleben durften. Also wir haben zusammen gebetet und zusammen gegessen. Wir haben zusammen noch hier mitgearbeitet und dem Kloster eben mitgeholfen, haben uns abends dann immer noch getroffen und alles besprochen und Spiele gespielt und mir hat am meisten das bei den Tieren gefallen, dort mitzuhelfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben ganz viel dazu gelernt. Also es war sehr schön, dass die Brüder und Schwestern uns hier einen Einblick in ihr alltägliches Leben gegeben haben und ich denke, wir haben auch alle sehr viele neue Freundschaften geschlossen. Während meines Aufenthaltes habe ich sehr viele neue Ansichten gegenüber Gott erfahren. Ja, ich bin dankbar, dass die Franziskaner von Puping den Jugendlichen diese Erfahrung möglich gemacht haben. Also ich habe gedacht, hier wäre das voll streng, aber das war wirklich witzig hier und ich nehme hier auch viel mit. Ich wünsche euch, liebe Jugendlichen und uns allen, dass wir immer mehr verstehen, wenn wir von Franziskus und von Clara etwas lernen, dann tut uns das allen gut.